Gemütlich hier, oder? Kann's doch wärmer machen, Mann. Herr Bremer, hier spricht die Polizei. Verlassen Sie den Wagen. Die Brücke ist abgesperrt. Sie haben keine Chance. Spil ich mal nicht so auf zum Wichser. Irgendwann hab ich ne Geisel, oder? Heißt doch immer, hast du ne Geisel, hast du nur Chance. Darf ich mal hin? Muss man nicht so brüllen. Hallo. Hallo. Ey. Hallo. Hallo. Kann der unseren Funk hören? Hallo. Sieht so aus. Herr Bremer, hier ist Alexander Mahler. Ich bin von der Kripo. Hallo Alexander. Bist du einer von den Bullen, die mich gestern festgenommen haben, ja? Korrekt. Das hier ist euer Kollege. Ja, lassen Sie sie gehen. Weil ich sie wiederhaben. Die ist hübsch. So blaue Augen und alles. Sie lassen Sie jetzt sofort gehen, ist das klar. Gefällt sie euch auch so gut wie mir? Seid ihr scharf auf ihre Kollegin? Seid ihr geil auf sie? Hallo. Hallo Alexander. Sind Sie geil auf ihre Kollegin, ja oder nein? Sie sind Männer, da gibt es nur ja oder nein? Sie haben sie schon mal masturbiert und dabei haben sie gedacht. Sau. Sagen Sie die Wahrheit und dann lasse ich sie frei. Wenn Sie lügen. Sie lassen Sie jetzt sofort gehen, ist das klar? Falsche Antwort, Mensch. Zum Thema jetzt. Hä? Nein, ich bin nicht geil auf meine Kollegin. Stimmt das? Ja. Den anderen. Kann ich den anderen mal bitte sprechen? Das ISK kommt. Kann man schießen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben alles im Griff. Die Scheiben sind abgeklebt, aber wir haben sie im Griff. Hallo. Hey. Hallo. Ja, hier ist Fritz. Hallo Fritz. Sind Sie geil auf Ihre Kollegin? Jetzt hören wir mal zu, du wärstes Schwein. Wenn du hier was antust, ja? Dann bring ich dich um. Ich bring dich um, hast du mich verstanden? Wählt sich jetzt mal ein ganz, ganz, ganz klares Ja. Der steht auf dich. Da steht auf dich. Woré war's. Ich bin...